Natürlich hat die Teilnahme Russlands am sogenannten Getreideabkommen, also an der Lösung der Fragen im Zusammenhang mit dem Getreideexport vom ukrainischen Territorium, eine direkte Auswirkung auf die Interessen unserer Agrarproduzenten sowie der Unternehmen, die Düngemittel herstellen. Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass es sich, wie Sie wissen, um den sogenannten Getreideal handelt, über den der Minister gerade gesprochen hat. Dieser Deal wurde vor genau einem Jahr abgeschlossen, am 22. Juli 2022. Dann wurde dieser Deal, der sogenannte Deal, mehr als einmal verlängert. Das letzte Mal im Mai dieses Jahres für den Zeitraum bis einschließlich dem 17. Juli. Wir haben diesen Deal immer wieder verlängert und mit der Verlängerung wahre Wunder an Ausdauer, Geduld und Toleranz an den Tag gelegt, in der Hoffnung, dass unsere ausländischen Kollegen endlich beginnen würden, die vereinbarten und beschlossenen Parameter und Bedingungen vollständig einzuhalten. Allerdings ist nichts dergleichen geschehen. Niemand hatte vor, irgendwelchen Verpflichtungen und Vereinbarungen nachzukommen, sondern verlangte von Russland nur ständig etwas, das eine zu tun, dann das andere, dies, das und jenes zu gewährleisten. Einfach eine völlige Arroganz und Unverschämtheit, Versprechungen und leeres Geschwätz. Und sie haben sich dadurch nur selbst kompromittiert. Sie haben ihre Autorität untergraben, so wie auch die der Führung des UN-Sekretariats, das eigentlich als Garant des Getreideabkommens fungierte. Ich muss sagen, dass ich der Ansicht bin, dass die UN-Mitarbeiter aufrichtig versucht haben, alle vom Westen gemachten Versprechungen zu erfüllen, jedoch nichts erreichen konnten. Sie haben praktisch nichts unternommen, damit die Transaktion normal funktionierte. Aber um es zu stören, haben unsere sogenannten Partner im Westen keine Mühen gescheut und alles getan, um es zum Scheitern zu bringen. Und heute belügen sie, im wahrsten Sinne des Wortes, die ganze Welt und behaupten, dass Russland angeblich für das Scheitern dieses Abkommens verantwortlich sei. Darüber hinaus beschuldigen sie Russland, fast schon für das gesamte Leid der Bevölkerung der afrikanischen und einer Reihe anderer Länder, die der Westen einst selbst ausgeraubt, unter den Abgrund von Kriegen, Hunger und Armut gestürzt hat. Und diese Staaten auch jetzt, im Rahmen seines neokolonialen Systems, weiterhin ausplündern. Er hat schamlos vom Getreidegeschäft profitiert. Er hat einfach die Bedeutung dieser Vereinbarungen und den Kern daran verdreht. Völlig verdreht. Ich möchte Sie daran erinnern, dass dieses Abkommen ursprünglich darauf abzählte, die weltweite Ernährungssicherheit zu gewährleisten, die Gefahr des Hungers zu verringern und den ärmsten Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika zu helfen. Im Grunde ist Russland gerade deshalb bestimmte Verpflichtungen eingegangen, um die Umsetzung dessen zu erleichtern. Aber dieser Deal, in Anführungszeichen, der im Westen öffentlich als Ausdruck seiner Fürsorge und seiner Güte für die ärmsten Länder der Welt dargestellt wurde, diente in Wirklichkeit dazu, große amerikanische und europäische Unternehmen zu bereichern, die Getreide aus der Ukraine ausgefahren und weiterverkauft haben. Schauen Sie, in fast einem Jahr wurden im Rahmen dieses sogenannten Abkommens insgesamt 32,8 Millionen Tonnen Fracht aus der Ukraine exportiert, von denen mehr als 70 Prozent gerade in reiche Länder gingen, darunter vor allem EU-Länder, während der Anteil von Staaten wie Äthiopien, Sudan, Somalia, Afghanistan, Jemen der ärmsten Länder weniger als 3 Prozent des Gesamtvolumens ausmachte, also weniger als eine Million Tonnen. Gleichzeitig wurde keine der Bedingungen dieses Abkommens, die die Lockerung der Sanktionen der russischen Exporte von Getreide und Düngemittel auf die Weltmärkte betreffen, erfüllt. Darüber hinaus wird sogar unsere unentgeltliche Spende von Mineraldünger an die ärmsten bedürftigen Länder behindert. Von den 260.000 Tonnen an Produktion, die in europäischen Häfen blockiert waren, wurden nur zwei Lieferungen versandt, 20.000 Tonnen nach Malawi und 34.000 Tonnen nach Kenia. Der Rest bleibt in den skrupellosen Händen der Europäer. Und das, obwohl es sich um eine rein humanitäre Aktion handelt, für die grundsätzlich keine Sanktionen gelten sollten. Wir müssen uns nicht nur die Bedingungen beenden, die uns zu verabschieden sind, zu den Bedingungen zu verabschieden, die in den Bedingungen zu verabschieden sind. Aus 262.000 Tonnen Produktion, die in europäischen Korlen verabschieden sind, haben wir nur zwei Parteien, 20.000 Tonnen, in Malawi und 34.000 Tonnen, in Kenia. Das Rest bleibt in der nichtbezüglichen Handelung. Ich füge noch etwas hinzu. Einige europäische Länder, die in der Öffentlichkeit sagen, dass der Ukraine die Möglichkeit gegeben werden sollte, landwirtschaftliche Produkte zu exportieren, dies möchte ich besonders betonen, verbieten ja selbst die Einfuhr von ukrainischem Getreide in ihr Hoheitsgebiet und sprechen dabei über die Interessen ihrer Produzenten. Ich wiederhole, indem sich Russland der Bedeutung der weltweiten Versorgung mit Nahrungsmitteln und Düngemitteln, insbesondere für die ärmsten Länder, bewusst ist, hat es dieses Abkommen mehrmals verlängert. Und westliche Staaten haben sich unter jedem möglichen Vorwand und ohne jeglichen Vorwand geweigert, ihren Verpflichtungen nachzukommen, einschließlich der Beseitigung der Hindernisse für unsere Agrarexporte. Für russische Agrarproduzenten und Düngemittelhersteller führte dies zu direkten Verlusten. Jetzt sagte der Minister, dass sich die Verluste der russischen Landwirte aufgrund eines Preisnachlasses von 30 bis 40 Prozent auf unserer Getreide auf den Weltmärkten auf umgerechneten Dollar auf 1,2 Milliarden Dollar beliefen. Darüber hinaus führten die gestiegenen Kosten für das Chartern von Seeschiffen zur Güterbeförderung sowie die Kosten für internationale Finanzabwicklungen und andere Transaktionen zu einer Halbierung der Rentabilität der Lieferungen. Auch unsere Düngemittelhersteller standen vor einem ähnlichen Problem. Ihre Verluste belaufen sich auf etwa 1,6 Milliarden Dollar. Beispielsweise stiegen die Kosten für importierte Ersatzteile für die Ausrüstung um 40 Prozent. Der Anstieg der Kosten für die Finanztransaktionen um etwa 10 Prozent. Zur Verdeutlichung füge ich noch ein paar Zahlen hinzu. Die Ukraine produzierte im letzten Agrarjahr etwa 55 Millionen Tonnen Getreide. Die Exporte beliefen sich auf 47 Millionen Tonnen. Davon Weizen 17 Millionen. Und Russland hat im vergangenen Jahr 156 Millionen Tonnen Getreide geerntet und 60 Millionen Tonnen exportiert. Davon 48 Millionen Tonnen Weizen. Russlands Anteil am Weltweizenmarkt beträgt 20 Prozent. Während der Anteil der Ukraine weniger als 5 Prozent beträgt. Die Zahlen sprechen für sich. Es ist Russland, das einen kolossalen Beitrag zur globalen Ernährungssicherheit leistet. Und alle Behauptungen, dass nur das ukrainische Getreide die Hungernden auf der ganzen Welt ernährt, sind Spekulationen und Lügen. Ich möchte Ihnen versichern, dass unser Land in der Lage ist, das ukrainische Getreide sowohl kommerziell als auch kostenlos zu ersetzen. Zumal wir, wie der Minister berichtete, auch in diesem Jahr mit einer Rekordernte rechnen. Unter der Berücksichtigung aller Faktoren, die ich heute erwähnt habe, hat die Fortsetzung des Getreideabkommens in der Form, in der es existierte, jeglichen Sinn verloren. Deshalb haben wir gegen eine weitere Verlängerung dieses sogenannten Deals Einspruch erhoben. Ab dem 18. Juli war die Umsetzung beendet. Ich möchte betonen, dass wir nicht gegen das Abkommen selbst sind. Insbesondere angesichts seiner Bedeutung für den globalen Lebensmittelmarkt für viele Länder der Welt. Und natürlich werden wir die Möglichkeit einer Rückkehr dazu in Betracht ziehen. Aber nur unter einer Bedingung, wenn alle zuvor vereinbarten Prinzipien für die Beteiligung Russlands an diesem Abkommen ausnahmslos berücksichtigt werden und vor allem auch umgesetzt werden. Ich erinnere daran, wovon hier die Rede ist. Das erste ist die Aussetzung der Sanktionen gegen die Lieferungen von russischem Getreide und Düngemitteln an die Weltmärkte. Zweitens müssen alle Hindernisse für russische Banken und Finanzinstitute, die die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Düngemitteln gewährleisten, beseitigt werden. Dazu gehört auch ihre unmittelbare Anbindung an das internationale Bankenabwicklungssystem SWIFT. Wir brauchen diesbezüglich keine Versprechungen und Ideen. Wir wollen die Erfüllung dieser Bedingungen. Drittens sollen die Lieferungen von Ersatzteilen und Komponenten für Landmaschinen und die Düngemittelindustrie nach Russland wieder aufgenommen werden. Darüber hinaus müssen alle Probleme mit dem Chartern von Schiffen und der Versicherung russischer Exporte von Nahrungsmitteln gelöst werden. Und die gesamte Logistik der Lebensmittellieferungen muss gewährleistet sein. Darüber hinaus müssen ungehinderte Bedingungen für die Ausweitungen der Lieferung russischer Düngemittel und Rohstoffe für deren Produktion geschaffen werden. Einschließlich der Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Ammoniak-Pipeline Toljati-Odessa, die offensichtlich auf Befehl des Kiewer Regimes gesprengt und zerstört wurde. Und tatsächlich hat diese Sabotage keine Reaktion von der internationalen Gemeinschaft, von der UNO zur Folge gehabt. Dann die Blockade russischer Vermögenswerte im Zusammenhang mit der Agrarindustrie muss aufgehoben werden. Ich werde jetzt nicht alle Positionen und Bedingungen für die Teilnahme unseres Landes an diesem Getreideabkommen weiter aufzählen. Sie sind insbesondere im entsprechenden Memorandum zwischen Russland und den Vereinten Nationen festgelegt. Sie können sich damit vertraut machen. Aber die Hauptsache ist, dass die westlichen Kollegen sie erfüllen müssen. Das Einzige, was ich hier nochmals betonen möchte, ist, dass die ursprüngliche Essenz, die ursprüngliche Bedeutung des Getreideabkommens, zunächst eine kolossale humanitäre Bedeutung hatte. Der Westen hat diese Bedeutung völlig ausgehöhlt und verzerrt. Und anstatt wirklich den bedürftigen Ländern zu helfen, nutzte der Westen den Getreideal zur politischen Erpressung und machte ihn darüber hinaus, wie gesagt, zu einem Instrument zur Bereicherung transnationaler Konzerne und Spekulanten auf dem globalen Getreidemarkt. Schließlich ist die Wiederherstellung seines ursprünglichen humanitären Wesens die Grundvoraussetzung dafür, dass Russland zu diesem Abkommen zurückkehren kann. Wenn alle diese Bedingungen, die wir zuvor vereinbart haben, erfüllt sind, diese Bedingungen habe ich jetzt nicht erfunden. Doch sobald sie erfüllt sind, werden wir sofort zu diesem Abkommen zurückkehren. Wir haben diese условien, aber wenn sie erstellt werden, werden wir uns nicht zuerst zurückkehren.